karl friedrich zelter an johann wolfgang von goethe weimar den 18 oktober 1827 mit keinen worten aber bin ich vorsichtiger ja keuscher umgegangen als mit den deinigen das total gefühl und der sinn deiner gedichte ist bei mir bei der ersten lesung vorhanden und eine melodie im augenblick da nur hockt bei einem worte einer phrase nun bleibt das stück liegen bis mir wer weiß wie lange nachher mein wort von selber kommt und dann wird geschlossen so liegen eine menge deiner gedichte seit jahren ich kann sie nicht vollenden weil ich die menge der kehlen und zungen kenne die es reproduzieren sollen aber es ist nicht überweisheit und anmaßung dahinter das lied gehört mir nun an ja die poeten müssen sich ganz andere dinge bieten lassen habe ich nicht das vater unser von der kanzel herab pfeifen heulen bellen hören dass es die hunde nicht mögen und was endlich der komponist auszustehen hat davon will ich nicht reden wir haben es am vorigen sonnabend alle beide gehört abonniere ich mich nicht mehr 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 abonniere ich mich nicht mehr